Hallo und Herzlich Willkommen zu den Zuhören Miro du kannst es nicht sein lassen um ich wollte zwar ist es zu einer 96 80 mit dabei ist er an die sie in der Haus die Jörg die Umarmung Kost oder reich von der Gäste Leistung Defizit ja durchschrittene Portale 604 um die haben sich schon den nächsten Weg freigemacht denn sie dürfen jetzt dort durchgehen folge mich ich folge dich wenn auch ich weiß bewegungsgeleet würde ich sagen ich begebe mich auf die orange Platte wow 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 was hast du gemacht Ali ich hab gar nichts gemacht du hast doch bestimmt wieder was angefasst das sagt der Richtige ich bin nur gesprungen ja natürlich bist du nur gesprungen du bist gefallen genau wie ich ich hab Beweise stimmt du hast es aufgenommen ta 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 Die letzte Strecke ist eine Übung zum Erreichen der Menschenkammer. Dieser Test hat also sogar einen Sinn. Ohne menschliche Testsubjekte ist das alles, rein wissenschaftlich betrachtet, völlig sinnlos. Voll sinnlos. Wollte ich mir ernsthaft sagen, dass hier Menschen vorkommen? Was hast du denn hier? Ich habe den Knopf gedrückt. Hui! Au! Okay. Dann mach du das. Okay. Hau ruck! Hau ruck! Hau ruck! Das ist das Gelee, was man dann später auch im Portal sieht, beziehungsweise benutzt. Ähm. Was ist da oben? Hier ist noch ein Knopf. Ah, das ist nächstes Gelee, das meins. Jo. Oder? Ne. Doch, diesmal bist du dran. Auf den Knopf mit dir. Ah! Hast du den Stunt gesehen? Auf jeden. Was denn? Hui! Hau ruck! Hau ruck! Hau ruck! Hooray! Und... So. Komm zu mich! Ich komme zu dich! Hallo! Hi! Hey! Ich will nicht den Weg! Hallo! Wie du einfach durch mich durchglitscht! Ja klar, ich kann das. Ich bin dünn! Ihr seid wirklich das beste Team, das ich mir nur wünschen kann! Geh mal weg, der Digger! Hallo! Rechts vor links und so! Rechts vor links! Haha, ich habe hier das männliche Zeit. Du hast bestimmt das weibliche bei dir beim Orangenein. Aber ich bin doch nicht weiblich. Ich bin so oft, dass ich weiblich bin. Also wirklich. Du bist weiblich. Wirklich? Ja. Aber ich heiße Peabody. P steht für... Peiblich. Peiblich. Sieht so aus, als hätten die längsten Nicht-Testsubjekte andere Menschen hier heimlich gefangen gehalten. Du nie... Ich glaube sie wollten sie bestrafen, indem sie sie nicht mehr zu meinen Tests ließen. Darum konnten Menschen die Strecken nicht bewältigen, weil sie Freunde wie Feinde behandeln. Aha. Das sieht man. Do not leave your belongings here. Läuter for more than 20 minutes. Touch the glass. Do not touch the glass. Do wear a shirt and shoes at all time. Move quickly through your test track. Not forget to... Do not touch the glass. Hahaha. Wie geil. Was war das? Blaue Grütze. Yay. Portal setzen. Blaue Grütze. Blaue Grütze. Ich hab' blaue Grütze gemacht. Wusstest du das denn? Ja. Wow. Nein, 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 nein. Ja? So viele Portale konnte ich jetzt hier auch nicht setzen. Du kennst das doch von mir. Hauptsache Grütze. Äh, blau. Moment. Da hinten. Blau. Oder musst du nicht springen. Wee. Wee. Hast du dir irgendwas gebracht? Ne, ne? Weißt du nicht. Hat du dir was gebracht? Weil ich hab' da jetzt ne Plattform gespawnt. Wo denn? Also wenn du durch dein Portal gehst, dann ähm. Wie, ich kann nicht durch mein Portal gehen. Okay. Moment. Ich komm mal an. Ich komm mal zu dir. Du hast jetzt das blaue gesetzt und kannst... Ja, jetzt. Da meine ich. Da vorne. Da kannst du runter springen, würde ich hier... Den hier mache. Oder nicht? Nein, da unten ist doch, äh... Äh, okay, du kannst auch nicht so ein bisschen nach rechts springen. Weil wenn du hier durchläuft, dann ist ja vorbei. Aber guck mal. Ja. Aber das bringt auch nichts. Darauf können wir gut gebrauchen. Ja, bringt auch nichts. Ne, 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 bringt auch nichts. Ja, aber das bringt auch... Hä? Sollen wir vielleicht hinspringen? Moment mal, wir müssen... Wir müssen versuchen, die blaue Grütze von dem Raum... Darüber zu bringen, oder nicht? Oder sehe ich das jetzt verkehrt? Nur die einzige Möglichkeit, wo ich noch markieren kann, ist... Da oben. Okay. So, blaue Grütze. Bringt die jetzt was? Ähm, warte mal kurz. Nein. Also du kannst die mal auch nicht entfernen, oder so. Ich, ähm... Ach guck mal, man kann sogar springen vermeiden, indem man die Umschalter, äh, die SDG-Taste gedrückt hat. Hast du ne Idee? Ähm... Bis wohin fliegt meine... Fliegt in die blaue Grütze, wenn ich sie loslasse. Ähm... Ist da vielleicht noch irgendwie ne Möglichkeit ein Portal zu setzen, sodass du das da unten hin machen kannst? Ähm... Äh... Nein, geht nicht. Sonst müsste ich auch noch auf der anderen Seite... Pssst! Sonst musst du auf der anderen Seite... Pssst! Nein, das war nicht an dich. Ah... Pssst! Ja, mein Cousin steht hier und versucht mir die ganze Zeit zu erkennen, wie das geht, aber... Ach, Moment... Das macht keinen Sinn. Ich kann nichts machen. Doch, doch. So. Setz es... Geh mal rein. Ja. Nein, da wo wir herkamen. Mach du jetzt mal das mit der blauen Grütze. Und du willst, dass sie jetzt nach oben fährt, quasi? Du machst einmal... Ja, genau. Und wenn ich sie dann wegnehme, dann fährt sie ja woanders hin. Weil ich kann ja entscheiden, wohin ich sie fahren lassen würde. Warte. Ähm... Okay. Und los. Nochmal? Äh... Ja. Und los. W stressed. The Hay... Okay. ...und nochmal... Ja und nochmal, damit auch wirklich alles untenblau ist. Ja. Jetzt wirklich alles untenblau, ja. Jetzt, ja. Ja fast. Jetzt ist nur die Frage, wie machen wir das auf der zweiten Zeit? Nur für dich. Jaja, ne, aber ja, permanent! Ja ist ja gut. Wie machen wir das jetzt dorthin? Das ist jetzt eher die Frage. Stehst du? Hast du keine Idee? Wenn ich ehrlich bin, no. Ich kann mich hier nochmal genau umschauen. Wie werde ich hier reingekommen? Komm hier raus. Jump. Okay. Wie das aussieht. Ja, wenn ich ehrlich bin, ich habe keinen Schimmer. Aber ich glaube, vielleicht müssen wir selber da durchfahren. Also sprich, wenn wir... Wir können gar nicht umdrehen. Stimmt, scheiße. Was bringt das mit der Plattform? Muss ich, glaube ich, einer raufstellen. Und ich habe die Vermutung, dass wir hier runterspringen müssen. Dann dorthin und dann auf die Plattform. Aber von unten können wir nicht auf die andere Plattform springen, weil das viel zu weit weg ist. Deswegen brauchen wir hier Bouncing. Ah, ja. Okay. Dann wirst du das anstellen. Jute Frage, nächste Frage. Ich hätte zwar eine Idee, aber das bringt auch nichts. Sprich dich aus. Nein. Also, da müsste ich... Für die Idee müsste ich da irgendwo ein Portal setzen, wo ich kein Portal setzen kann. Weil dort schwarz zu wandern ist. Und das geht nicht. Moment mal. Kann ich die KC hier nur ein bisschen anders fliegen lassen? Ein bisschen anders fliegen lassen? Ich glaube nicht. Oder vielleicht? Ich habe eine Idee. Ja, ist aber... Ähm... Nee. Das kann ich gar nicht von hier wegen diesem blauen Scheiß. Weil ich habe die Idee gehabt, dass wir hier unten ein Portal setzen. Dass die Größe hier rauskommt. Ja, aber ich kann es ja nicht. Das geht ja nicht. Oder du springst mit der blauen Krütze zur Seite. Ähm, ja. Jetzt verschwendet ihr meine Zeit. Nee, das geht nicht. Schlimm, hier ist eine Wand. Ach, ist das dämlich. Ja, das ist ja das... Das muss ich eigentlich gerne machen können. Ja, hier. Was auch immer das bringen soll. Guck mal. Hast du schon gemacht, ich weiß. Ja, ja, mehrfach. Die Frage ist aber trotzdem, wie im Setz... Wo müssen wir das hier... Wenn das so weitergeht, müssen wir gleich wieder aufs Green gehen. Ja, irgendwie schon. Ja, aber ich habe echt auch keine Ahnung, also... Ja. Nee, also wir kommen da nicht rüber. Aber du bist eben gestorben, wo du versucht hast, von da unten nach unten nach unten zu springen, oder? Ja, okay, das geht natürlich nicht. Noch da? Ja, ja, ich überlege. Ja, nee, weil hier war gerade komischer Sound. Ja, ich habe... Achso, das klang gerade aber wie, als würde dein PC abstürzen. Ähm. Okay. Ich weiß nicht, was das bringt, aber es geht noch raus. Nee, geht nicht. Ja, dann müssen wir es umdrehen können, aber es geht ja nicht. Ja, du musst es mal entfernen, sonst kann ich ja nicht. Ähm, Momo. Nee, warte mal. Kann ich das etwa? Nee, das geht nicht. Schade. Ich dachte, ich könnte das da unten draufsetzen, wo die blaue Grütze rauskommen, aber es geht ja auch nicht. Nee. Hm. Irgendwie müssen wir durch dieses Portal. Aber hier gibt es keine Wand, hier gibt es gar nichts, was mir Lust hat. Oder? Warte, wenn wir da... Oh, Moment mal! Und... Ich habe eine Idee. Ja. Ähm. Schiech los. Mach du die blaue Grütze. Schieß sie die ganze Zeit. Jo. Und los. Ja, was ist denn deine Idee? Hooray! Okay, wie genau hast du das jetzt gemacht? Äh. Ich habe das... Und was macht ihr? Ja. Also du... Warte, ich mache blau... Nee, warte. Äh, äh, äh... So. Blau Grütze machen. Aber ich weiß auch, warum du nicht ankommen bist. Jemand muss auf dem Schalter stehen, damit du auf der Plattform landest. Ja, das sowieso. Bleib mal da drauf stehen. Also ich habe, ich habe es so gemacht. Ich habe jetzt hier hinten, haben wir ja dieses, äh, blaue Teil hier. Na, und das habe ich da unten hingesetzt. Dass es da rauskommt. Mhm. Habe dann deinen blauen Krügelchen abgefangen. Und habe dann dort ein Eingangsportal und dort ein Ausgangsportal gemacht. Sodass es, wenn es runterfällt, da durchfällt. Ah. Gute Idee. Danke. Und los. Ja. Hast du rüber? Ja. Sehr schön. Gut. Schade. Arsch. Ah, okay. Ähm. Da ein Portal hin und. Da ein Portal hin und jetzt spring durch. Hooray. Was ist überhaupt? Ja. Hooray. Sollte es schaffen sein. Hallo. Hallo. Habe ich dir schon erzählt, dass ich dich hasse? Macht es euch nicht schwerer als nötig. Ich hätte so gerne dein Gesichtsausdrück gesehen. Also. Es ist nicht so, als hätte ich weit aufgerissen Augen gehabt oder so. Was ist denn da auf? Nur geraten. Okay. Oh, schön. Nochmal? Nein. Na, warte. Ich komme gar nicht an. Warum nicht? Was machst du denn da? Nee, ich wäre gar nicht angekommen. Mach mal. Oh, jetzt der Raum nervt mich langsam. Warum? Der ist cool. Nee. Ist er nicht. Ab jetzt muss man richtig nachdenken. Ist jetzt nicht mehr nur so fufufufuf aufnehmen, sondern nachdenken, überlegen, ein bisschen ruhiger sein. Und, los geht's. Du hast aber viel mehr Portal-Erfahrung als ich. Du hast Portal 1 genauso durchgespielt wie ich. Ja, aber... Du hast, glaube ich, nicht alles gesammelt. Du warst ja in einer Stunde fertig. Ich habe in Vorbereitung der Menschentests einen alten Komma-Kasten konsultiert. Oh, suchst du Ärger freigeschaltet? Der beliebteste Wunsch, weniger tödliche Tests. Hast du Ärger freigeschaltet? Ja, ich habe mir gerade suchst du Ärger freigeschaltet als erfolgt. Interessant. Mach mal, stell dich mal hier hin und machen Emotion. Und ich bin nicht in der Nähe. Es gibt anscheinend dann eher... Nein, hier, wo ich bin. Scheiße auf die Errungenschaften. Los, Kale. Ja, du bist halt eben nicht 100% geil und so. Nein. Warum? Warum? Keine Ahnung. Ist doch noch geiler. Noch in jedem versteckten Eckchen viel Erde nochmal zu gucken und... Nee, bei den Steams-Spielen ist mir das egal. Das Team hat das irgendwo nachträglich eingebaut. Aber doch nicht bei dem Spiel, das ist der drin integriert. Auch, hier gibt es auch Errungenschaften. Ja, sag ich doch nicht. Ganz schön anstrengen. Zu eurer Unterstützung, aber Errungenschaften ja mehr für mich erstes, die ich im Spiel. Oder extrem tödlich. Für mich schon. Dank eurer wunderbaren... Ich finde ja ganz cool. Kann man den Leuten dann nochmal zeigen, wo und so geht das vielleicht. Schalter. Ah, verstehe. Okay, ja dann. Was, warum das jetzt bringt's? Nee, du musst es da hinsetzen, würde ich sagen. Weil das Rohr ist da drunter. Und? Nee. Lösen wir den Schalter bitte aus. Okay. Okay, du musst das dorthin setzen. Und nochmal Schalter. Aber das bringt nix, oder? Doch. Wirklich? Ja, ist hier drauf gelandet. Okay. Wee. Die ist blauer etwas. Hab ich kommen gar nicht drüber. Wie hast du das gemacht? Achso, okay. Mit Anlauf. Yay. Ich bin bei dir. Yay. Hooray. Hey, hast du gerade versucht? Okay, hast du gerade... Verlierst du aus, als würdest du mich hauen wollen? Nein. Wie lange nimmt es auch eigentlich auf? Nur Liebhaben, auch keine Ahnung. Viertelstunden vielleicht? Vielleicht, aber nur vielleicht. Ich meine, wir gehen ja hier doch relativ gut im Grad durch. Moment mal. Hey, ich habe da in Porteien gesetzt, irgendwie. Aber ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe. Guck mal. Ach gu... Guck mal. Ja, geht's auch. Was macht das? Da hinten kommt Blau raus. Ja, da musst du jetzt auf die andere Seite, weil ich habe hier die Porte gesehen. Do the game. Aha. Okay. Also du musst... Du musst durchrennen, weil ich kann da drüben ja nichts machen. Jo. Do it. Ähm... So. Jetzt kannst du es machen. Okay. I did it. Und... Jumps. So, kann ich hier vielleicht irgendwas machen? Also, hier kann ich ja... Nee, hier kann ich gar nichts machen. Okay, ähm... Vielleicht muss ich irgendwo... Wo, 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 wo? Du musst mir... Du musst mir jetzt die Brücken setzen. Ja klar, aber ich sehe bei dir ja keinen Ort, wo ich das machen kann. Also, zumindest keinen, wo... Wie du in der Lage bist, hier auch zu kommen. Aber warte mal kurz. Was ist das denn hier vorne? Komm mal her. Was denn? Ist das hier auch wichtig hier oben? Keine Ahnung. Kannst du ja... Kannst du unter dem... Kannst du unter dem blauen... Warte mal, ist unter dem blauen vielleicht eine Plattform? Da ist so eine Plattform. Setze da eins hin und dorthin. Ne, da unter dem blauen. Da. Ja, aber... Geht ja nicht. Setze doch da eins hin. Siehste? Und da setzt du das andere hin. Und dann kann ich rüberbounzen. Wenn ich den Schalter jetzt auslöse. Ja, aber ich... Dann geht ja hier... Ähm... Wenn ich zwei Portale mache, dann... Ah, okay. Weee! Gut. Ich habe zwar keine Kontrolle... Dass das Spiel so drauf hat, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Ja. Sie ist ja... Ja, ist nicht gut. Falls erforderlich, wird sie für euch da sein. Man muss hier irgendwie um sieben Ecken senken zum Teil. Und ich würde sagen, bei der nächsten Folge sehen wir uns bei Ali wieder. Das war Portal 2. Jo. Und bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.